Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Minecraft Yo was geht ab? Ja mit Lord of Stigmen wieder mal Ja Nenn mich bitte Thomas Ich stelle das mal ein bisschen um Ja okay Ich wollte verkünden wir haben nämlich ein Minecraft Server als Nitratos Server der ist jetzt den ganzen Tag online und da könnt ihr ruhig vorbeischauen wir haben die IP in der Beschreibung Ja Okay Ja Also ich bin jetzt mal in mein Haus Leute Ich habe ein bisschen Eisen und so und schaut da war ja wahrscheinlich alles von dir Warte ich mach das mal ein bisschen größer damit man es besser sieht So Zwei Ofen Äh drei Ofen Natürlich Zwei crafting tables Ich brauche unbedingt Bänke und was zu essen Ja okay Okay Ja Okay Schlafen Schlafen Oh Monster sind über mich Monster sind über mich Ja es wird schon Tag Warte Ich crafte mir noch schnell Was crafte ich mir denn Hm Ja So ist das mal ein bisschen Nur Cola und schon Nein Scheiße Ich habe so viel Rock'n'Fleche Ich habe so viel Rock'n'Fleche Ich habe so viel Rock'n'Fleche Okay Was wollte ich hier Ich wollte irgendwas machen Ich weiß Du wolltest über ein Thema sprechen Du wolltest doch Ja wir wollten eigentlich über ein Thema sprechen Mal Fällt jetzt keiner Oh Irgendwas wollte ich craft nur so Genau Treppen Wir wollten dir noch sagen zu den Typen Die uns Die so schlecht finden mit den Text und so Schaut einfach nicht auf die Texte Ja ich ich schaue Wenn ich Video an gucke finde ich sie sowieso krank dass die den Text wissen Ja schaut dann bitte die Texte an Ja ich 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 gucke bei kein Let's Player Texte an Okay vielleicht einmal um zu gucken was die hier reinschreiben außen Und nicht gleich bei jeder Aufnahme Ja So Jetzt habe ich da schon schöne Treppen hingepflanzt Das ist ja schon ein bisschen Schön ausguckt in mein Haus Das ist jetzt noch ein bisschen unordentlich Ich muss mal was essen Jo Geh fangen wir mal ein bisschen wieder Ding Bums Essen Oh Ja ok Ich hab jetzt mal die Ränder mit Distance ein bisschen weiter runter getan Damit das aber nicht so lacht Und da hab ich wieder Rottenfleisch eingesammelt Ja stimmt ja wir wollten wir waren letztes Mal glaube ich in der Mine Und du wolltest dann einen Garten einbauen Manuel Ja stimmt Oh der Garten der mach ich mal anders Oder gehen wir jetzt in die Hölle In die Hölle Ja Okay mach mir das einfach Wahnsinn ich muss bloß noch schnell was zum Essen holen Jo ich brauch auch was Hast du was Oder soll ich schnell mal Nein ich hab nix gerade hinaus in die weite Landschaft Zu Not muss ich mir halt ein bisschen Rottenfleisch reinziehen Obwohl das auch nicht so gut Glaub ich ja noch mehr Hunger oder Das ist nicht so Rottenfleisch Zwei fleisch Eikens hast Und du wirst unbedingt von irgend so viel wegrennen dass du den Rottenfleisch reinzusen und dann für kurz Zeit Die drei hast du um zu rennen Oder da ist ein fetter Spalt hast du ihn schon gesehen Wo Da Lol Wo bist du Hier bin ich Warte ich markiere mal ein bisschen Warte ich wollte dich schon tp'n aber Wir sind halt nicht auf unserem Server Ja wir haben die ganze Zeit eigentlich auf unser Server gezockt Ich bin hinter dem Hellenportal Achso ja da ok Ja da ist so ne fette Grube Enderman nicht hinkommen Wo ist ne fette Grube? Hauptsache ich geh mal schnell zum Enderman hin Scheißviech Komm her komm her Ja komm her Bissen du Ich bin hinter dir Nein nicht meine Enderman Achso Tja ich hab ihn dreimal geschlagen und dann hat sich weg teleportiert Schon her da ist die Grube Ah Warst du da schon unten? Ja Aber du anscheinend Ja Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern Oh lauter Eisen Eisen Ja ich weiß schon Da sollten wir auch mal runter gehen Aber gehen wir jetzt erstmal in die Hölle Ja ok auf alle Fälle brauchen wir jetzt mal ein Gesprächsthema Wir waren natürlich so schlau und haben ganz vorbereitet Ja aber was können wir reden Du hast doch Atombomben gesagt Ja nur war ich davor Hans über die Gezone Ja ok stimmt AC 130 nein Hast du in der Hölle ein bisschen schon aufgebaut nicht das jetzt das gleiche Das ist das erste Mal wo man in die Hölle geht Wo man in die Hölle geht Ich kann es nicht verlangen Woraus Landschaft wird heruntergeladen Aha Mhm Und zwar haben auch gesagt dass ich einen Cheater bin nur weil ich mir halt die paar Schwerter und so hergecheapet habe nachdem Ok aber das machen wir jetzt nicht mehr ok Ja Also schon ein bisschen eigen sag ich mal Und so sieht es in der Hölle aus für alle die Oh ja bei mir gibt es gerade Und die Ultraleck ist bei dir auch leckig Ja total Oh Oh Scheint weil sich die Welt erst aufbauen muss Nein Hast du Hast du Hast du Blint and Seal Blint and Seal Warte wir Wir müssen Wir müssen Gravel finden Wir müssen Gravel finden Hast du Eisen? Ja ich habe zum Glück vier Eis dabei Boah das lag gerade Warte ganz kurz Ok da sind wir wieder die Aufnahme ist leider abgekackt Ja Wir haben eigentlich nicht viel gemacht Wir sind nur da entlang gegangen Ja ich schon ich habe ein bisschen den Close Down geholt Ähm wir sollten Fackeln aufstellen Ich stell mal ein paar Fackeln auf Hoffentlich das Wir ja nicht mehr zurückfinden Ich will jetzt echt nichts sagen Aber ich habe da jetzt gerade voll den Bug Weiß das ich habe Ich habe gerade über das Gravel den gefunden Echt? Yeah Jo Flint habe ich Ja warte was ne Ja Hier Flint Ok ab nach Hause Oder wir bleiben noch ein bisschen in der Hülle Ja aber dann bauen wir zuerst mal die Hülle zu Wir holen uns Cobblestone Da hast du Cobblestone Oder bauen wir uns so ein Sozusagen so ein Kleines Haus in der Hülle Ja ich meine ja dazu brauchen wir Cobblestone glaube ich Oder wir brauchen jetzt mit den Neterstein Aber mit Neterstein schuldig nicht scheiße Das wäre ja ungefähr so wenn man in der normalen Welt mit Dirt ein Haus bauen würde Ja und Dann brauchen wir es halt um jetzt zuerst Hier irgendwo ist doch ein Eingangsloch wo wir in unsere kleine Hülle kommen können Heuer Heuer Was machst du da Das war sauggefährlich Ich weiß Vielleicht sind wir irgendwie da hoch Warte machen wir hier irgendwie in so ein Loch rein Ok Sagen wir den Pickzorben jetzt nicht tun aber droppen die Pickzorben ist jetzt eigentlich Goldschwert oder so Ja manchmal Machen wir wenn wir eine sichere Station haben Ja Und und Ja und Nicht auf der Klippe irgendwie so kämpfen müssen mit denen Ok ich glaube ich haben uns da zuhause wiedergefunden weil das ist komisch Ah ich brenne Ah ich brenne Ich brenne Ich brenne Ah das tut weh Jetzt schreckst du so und dann fallen die ganzen Sachen ins Feuer rein Und dann haben wir kein Eis mit dazu Ok Da drüben Da ist die Hölle So mach zuerst mal Abracadabra So Endlich Dann machen wir das Feuerzeug aus Wir sind kaputt Ok hol mal ein bisschen Cobblestone ich halt hier die Stellung Und klett mal ein bisschen in den Boden ab Oh es regnet So So